Musik Mannheim ist eine ganz spezielle Stadt. Und richtig speziell wird es dann, wenn der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nach Mannheim kommt. Und dazu noch eine Tochter Mannheims singt. Simone Aschenbrenner und der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Sehen Sie unsere Stimmungsbilder in einem Sonderbeitrag. Musik 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 Die Weihnachts devo mit gleich an, die der Kольzer drin ist und就是 mir gucken, Die loca, wenn Du mein Beruf, bist du inellingen, euhrge mich und dein Findier, das ist aus dem Tragen. Geben und dieanas Reise mit nur Lraren. disadvantaged war Men ready. Mein Friedrich und ich plass bin in der Welt. Denn es ist so warm, wenn du meinst. Musik Musik Applaus Applaus Das war unser Sonderbeitrag anlässlich des Besuches des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland, Gerhard Schröder im Mannheimer Rosengarten, ein ausführlicher Sonderbericht folgt. Das waren einige Stimmungsbilder. Soweit Andreas Klamm für IFN Television aus Mannheim. Musik